Was macht ihr in Berlin? Äh, wir sind für Fasching hier. Kann es sein, dass ihr einfach auf der Autobahn aus Versehen falsch abgebogen seid? Und dass das wirklich eine sehr enttäuschende Erfahrung hier für euch ist? Fasching in Berlin, wer kennt das nicht? Hinten! Traurig ist, dass er denkt, dass das ein Kostüm ist. Der dicke Mann kann sich doch nicht im Ernst so anziehen wollen. Großartig, was für ein Jäck. Karneval, cool, das tut mir leid. Habt ihr hier was Schönes erlebt während Karneval? Wart ihr auf einer menschenleeren Straße am Brandenburger Tor oder... Ist ja doch Karneval bis Mittwoch. Wenn du sagst, dass hier Karneval ist, dann glaube ich dir das einfach. Weil ich habe auch so keine Referenz auf jeden Fall. Wenn man nach Berlin kommt, hier ist 365 Tage Karneval. Ein subtiler Berlin-Diss, hä? Ey, wir wissen, dass ihr aus Köpenick von Stuttgart kommt, okay? Kannst du bitte nicht Berlin-Dissen?